So herzlich willkommen wieder bei Troll the Meta Hallo Oh, Benno schreit nicht so Sorry Komm mit Doran's Blade Ich hab mal das gute Trinket geholt Wir dachten wir spielen mal schön Troll the Meta hier, ne? Triple Bruiser Botlane, ne? Also beste, wir werden so richtig tryharden die zerstören, ne? Ja Ist natürlich schön, dass die Final Diamond 5 sind, ne? Und als Diamond Spieler in Normal Game würde ich doch erstmal in Illusion Thrash Botlane gehen, ne? Das ist spaßig Pranker Die sind... Die sind im Leben angekommen Ja, weil du mit Darius ziehen kannst Weil Darius bröken ist Stell dir vor die Darius Hain-Combo-Watland Triple Bruiser Du ziehst sie in den Tile-Q, Alter Ja, ja, ich weiß Und vorher kommt dein Geld von Pantheon Ja Tile-Q Ja, es ist ein Remake, du Witzboiler Das kannst du eigentlich Ähm Geh ins Gebüsch Geh ins Gebüsch, du mein Junge Ja, ich wollte eigentlich auf Silent Rework warten Mit dem... Team Maiden Das ist das? Ja, okay, Juggi 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 Die haben halt gerade jede Orte-Face Die haben halt gerade jede Orte-Face Das ist ein Diamond Spieler Oh Gott Oh Gott Ich liebe diese Leute Wegen solchen Leuten gibt es das Format hier Psssss Die sind einfach im Leben angekommen Psssss Wer soll deren Blue machen? Psssss Nein, nein, psss Nein, 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 psss Oh Gott, das wirst du Oh Gott Scheiße Ja Ich könnte dann wirklich da Geburtes haben Jo, wahrscheinlich Naja, wenn die zwei haben Hör doch auf damit Oho, Mitte Skrivisch I always wanted to be a Baker Yeah, a Baker Oh, Alter Luschi Oh man Schade Jaaah Keine Flaschen Das kostet noch viel Schaden Ich verspürt Was hat der geskillt? Der hat voll Schaden gemacht Hat der geflasht? Hätte jetzt eigentlich gerne AD Ich glaube ja, keine Ahnung Ja, hatte Auf dem Tauer Den Kay hätte ich jetzt gerne AD Glaub ich Du hast Level 1 Ja, keine Ahnung Ach wie süß Level 2 Dich nicht Ja, ja toll Pazer hat den auf Level 3 gefliedelt Das hat mich gar nicht back Ja Nee Ohohohoh Pazen wir doch auf Du bist Bot Jetzt wieder Geh nobody Okay Scheiße, ich habe ihr erstmal eh geskillt Ich hab ja gar kein Q-Spell. Ich hab eigentlich 0 Last-Its. Ich hab 3. Ich hab 5. Yes. Geiler Ward. Hast du noch Ward, bitch? Komm doch. Alter, warum mach ich ihnen keine Quids, Alter? Ich hab 41% Crit-Damage drin. Eitelfit. Crit-Damage? Ja. Ja, du verstehst schon, warum du nicht quittest. Ja, aber mein E-Space hält sich, ne? Ja. Oh, ich werd gegankt. Au, au, au. Ah, schon wieder. Warum bist du so leise auf einmal, Robert? Ich werd gegankt. Oh, Alter, you had one job, Pascal. Wir müssen erst all Level 3 werden, dann ist eh vorbei. Ja, dann hab ich mein D zum healen. Warte. Ja, okay. Babe, babe, babe. Oh, Alter, so schreck war nicht ganz viel. Yolo. Babe, babe. Alles gut, alles gut. Ja. Oh, wisst ihr, was ich camp jetzt? Hier beziehe jemanden. Warte. Nein. Hier kommt gleich jemand rein. 100%. Warte. 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 Ich hab ein Kill. Oh. Äh, Captain. Hab ich ja gesagt. Ah! Robbie. Es hat geklappt. Ich weiß nicht wie, aber es hat geklappt, Robbie. Ich hab ihn überlegt. Sag mal, da steht 100% Crit Chance, wenn die Feinde unter 15% Leben haben. Aber ich hab nicht einmal gecritted. Das macht doch gar keinen Sinn. Jetzt kommt unsere Stärke. Wir pushen. Bam, 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 bam. Nur im alten Rango wär das so sick, ne? Ja. Oh, wir haben neue Wave. Push die Minions weg, wir haben neue Wave. Kann ich gegenpushen? Das glaub ich nicht. Paso, push den Tower, Holy. Boah, du bist Toplan. Nee. Ups. Ich rette dich nicht. Ich rette dich nicht. Ich rette dich nicht. Also rette mich. Boah. Müssen wir nicht. Alter. Das ist voll sick. Unser Mid-Camp. Mid-Camp wird gecampt. Ja. Ich glaub, die haben erst gegen Gangplanes. Boah, ich wollte ihn grad stunnen. Toplan wird gepuscht. Die in Botlan sind 3. Okay, ich warte mal kurz Botlan. Ich hab eh noch kein Geld für Brutalizer, also... Wahrscheinlich, weil ich nur 8 Lastets hab. Hobby. Jetzt kann's gut in... Das jetzt nicht. Oh, nee. Ey, das ist nicht euer Ernst. Voll traurig. Ja, könnt ihr vielleicht mal... Wer? Die Trittsarzen. Good job, Pino. Ich bin grad stumpf, dass unser Tower keinen von ihnen angegriffen hat. Doch, er hat den... ...Srash einfach angegriffen. Ja. Dann hat er gewartet. Ja. Gewartet. Ich glaub, der ist wahrscheinlich auf den Manning gegangen, Digga. Da bin ich sicher. Aber... Der Tower hat alles richtig gemacht. Hör bitte auf zu blame. Okay, sorry. Du darfst ihn nicht überfordern. Ja. Der zumal, die sind grad da. Ist egal. Pusht einfach. Hobby. Hör auf! Unser schnellster Finish war in 18 Minuten, ne? Sieben. Ne, 18. Aber da war nicht gegen Diamond. Hobby, lass pushen. Ich muss den Ward zerstören. Äh. Sehr guter Grab. Er ist mad und Level 6. Ich hab gar nichts mehr. Äh. Wow, Passe. Weint einen. Ab ihn. Er ist geflasht. Okay. Oh, holy shit. Wir gehen den Geist machen. Wir gehen den Geist machen. Oh, warte mal, warte mal. Brauchst du meine Hilfe? Passe, jetzt bleib mal auf der Lane. Alter, was ist denn das, man? Nämlich jetzt nur mit Lane ganken. Wie kann man so kleine Eier haben? Oh, man. Hauptsache. Ist egal. Ich hab den Haftflank kaputten Gang. Anstatt einmal Bot zu kommen. Zack, da war der Quit. Ohne Scheiß. Ich mach jetzt Proxy. Ich sterb einfach die ganze Zeit. Gibt kein Gold mehr. Dieser Flash war so real. Das hat funktioniert, Alter. Ja, das bekommt man dafür, dass man Flash Lucian als Diamond Spieler in einem Normal macht. Das ist... Nee. Unterstes Niveau. Ja, dann... So geht der auf mich, Alter. Egal, push den Tower. Ich drehe einen Set auf dem Boden recht. Weiter auf den Tower, weiter auf den Tower, weiter auf den Tower. Jetzt auf den Rufen. Ich hab gebetet. Sie kämpft. Was tun denn? Ja, jetzt sind viele Bots. Jetzt push, 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 push. Ich war immer noch nicht in Stun-Range. Ja, okay. Ich wollte Hilfe! Ich bin einfach drauf, ist egal. Nein! Wo hat der noch? Wo hat der Flash was? Wo hat der Dragon noch? 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 Ich hab kein Wort mehr. Mein Wort steht da. LAU! Yay! Ich rette dich! Komm hier hoch, Fasse! Der Bitchlepp, Alter. So close. Komm mal, Mitte. Wie sind die jetzt hier schon zu dritt? Hobby, Botlane. Der, der nicht da. Reicht Babysit nicht? Jetzt bin ich dritt auf der Name, chill! Oh nein, Max nimmt nur mein Farm. Komm. Mhm. Ausnahmsweise nicht. Das ist cool. Das ist cool. Ich weiß nicht. Hobby, komm. Oh Gott, Sneaky. Warte. Mach damage. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, Hobby. Er hat mich nicht gesehen. Aber engagen. Mach dich! Junge, rein! Los, Tissi! Warte! Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Gut. Das bräuchte ich immerhin nicht. Stop late. Ja, wüt oder? Sehr gut. Ja, ey, Parzo versteht nicht, wie das hier funktioniert. Ja. Nein, Pascal ohne Witz. Ihr kommt doch ohne mich, Gott lenker. Mit dem kann man das echt spielen. So funktioniert es nicht. Der schnelle Finish, den hatten wir echt. Aber der Captain nicht. Da hat der Captain nicht mitgespielt, ne? Ja. Hm. Jawohl, immer auf mich. So Captain, ich sag's nochmal. Ich lasse Kill die nicht mal. Oder? Passe dich, Pascal. Ja. War das doof jetzt? Ich komm nicht wirklich an ihn ran. Das war natürlich doof, dass jetzt da so'n Ding ins kommt, ne? Ahaha. Yes, 280 Gold. Ist. Vorher hättest du W's mehr machen müssen. Ja. Ja, du Kabalo. Hab Hügel da. Hast du engaged? Loll. Loll. Der überlebt. Mit der neuen Gangplank-Ulti wäre er tot. Ja. Stimmt. Gibt ne neue Gangplank-Ulti? Ja. Da kommen die Kugeln. Immer 5 Kugeln auf einmal gleichzeitig runter. So. Stimmt ja. Und das 7 Sekunden lang. So Captain. Warum pushpasse jetzt eigentlich die ganze Zeit? Mist, war da nicht irgendwas mit Botlane oder so? Kommst du mir eingefallen, Captain. Und kommst einfach einmal Botlane. Bitte. Okay. Komm, einfach Botlane. Der Typ ist so bad. Ja. Ich weiß. Ich mag die Botlane nicht. Dann spiel das nicht. Ja, ihr... Nein. Ich mach dir das nicht. Robi tut wieder so, als hätten wir eine Waage gegeben. Als ob ich irgendeine Wahl hätte. Hattest du noch, oder nicht? Ja. Da war ein Ravus. Ja, wie immer. Da war ein Ravus. Ja, ja. Den hab ich nicht gesehen. Wie immer. Die Kale ist übrigens die einzige von den Feinden, die Silber ist. Ja, das ist ein Diamant. Diamant. Ja, Captain, wo ist die Botlane? Oh. Aber da ist ein Schmeichler-Müster. Wo ist die Botlane? Ja, und juckt uns doch nicht. Wir müssten zu der Zeit schon den Inhib haben, Alter. Hol dir. Ja, push halt mal. Ja, komm halt mit. Du bist so bad. Also der Hänger funktioniert eigentlich relativ gut in der Kambo. Ja, warte mal auf den neuen Sion, ne? Oh, ne. Oh, ne. Ja, ich bin... Loi. Ich will dich holen! Okay. Dann mag ich jetzt auch Botlane. Ja. Toplane ist langweilig. Okay, wenn Max Botlane ist, dann kann ich weggehen. Nein. 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 Hast du jetzt teleportiert runter, Max? Ja. Wow. Ich muss Toplane bleiben. Ich mach die Combo nochmal mit kompetenten Menschen, wenn... Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Wow, Alter. Good Job, Max. Das macht mir mal ein bisschen Schaden. Max ist durch. Ich hab keine Lust mehr mit Parason Max zu spielen. Was hab ich jetzt damit zu tun? Weiß ich nicht. Ja, wärst du mal von Anfang mal auf der Linke geblieben, hätten wir vielleicht was machen können, ey. Ja. Also lass ihn killen. Thanks. Dann mit 5 Phase. Hm? Mhm. Ja, gut. Sorry. Lol. Okay, wenn ja jetzt nicht mehr so groß. Leute, lauft! Halt drauf, Alter. Ich bin noch ziemlich weit weg Ich hab mir cooldown im Boots, ne? Witziger Robi! Ist ja nicht so, dass Wenger stark wäre Ne Pasch weiter Robi, ich komm dann mit Ulti, wenn ein Feind kommt Ich komm mal von der Seite reingesprungen, das geht natürlich auch Luzian kommt jetzt Ich denke, da können wir Diven eigentlich Bist du ready? Ja, ja Wow, der Minion wurde getroffen Zed kommt zu euch Ja, ihr müsst auch mal pushen denn Was hat das kein Sinn? Also Botlan und Midlan haben noch nicht einen Tower Ne Der mit Tower 1000 schaut, bekommt der Toplan Tower 500 Ich hab ne Ausrede, was ist deine Puzzle? Warum hast du Toplan oder Midlan noch nicht gegankt? Ich komm, ich komm, ich komm Der kriegt keinen Schaden Ja doch True Damage Fomberboots, 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 Fomberboots Komm nicht an Glove isolo Null Prefusion Warte kurz Warte kurz Pombi, wo bist du? Engage, 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 Engage! Ich bin gleich gestorben, so passe! Zieh weg! Das hab ich mir cooler vorgestellt. Mitte ist wieder weg. Soit es. Ja? Ohne Witz. Was denn? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich mach den Tower vorverloren. Wir pushen durchgehend Botlane, ja? Und das sind durchgehend 4 Botlane. Das heißt, dass mindestens einer von euch keinen Feind hat. Und ihr habt trotzdem nicht einen Tower. Nein! Wie soll ich das auch machen, bitte? Ihr habt kaputt gegankt, ihr sterbt dann immer hier und instant sind dann auf einmal 2 Leute wieder Mitte. Ja, dann bleibt doch eine Frage offen. Was macht Max? Ich muss gegen die Kell spielen. Ich muss gegen die Kell spielen. Du musst gegen Nix spielen und die Kell ist Silber. Also du musst wirklich gegen Nix spielen. Mit APS. Ja und? Genau, ohne Träne. Pff, kein Behälter. Und kauf Träne? Pick ihn! Ich hab Ulti! Keine Ahnung! Loll, der ist AFK, Digga. Der ist AFK, Box ihn! Box ihn! Und der ist auf dem. Er war AFK. Ja, das ist ja schuld. Ja. Na, Captain wieder down, ne? Wir haben aber Mitte- äh, Botlane gegangen. Ja, ich hab halt nen Kill und nen Assist. Ja, wow. Wir haben hier unten auch gezeichnet. Boah, alter Max. Max Hawley. Ja. Ist Kay gestorben. Die Leute sind tot pusht. Wow ey. Ja, ist... Ne. Regen! Der klatscht uns! Wer da da hinten ran muss. Das habt ihr verdient. Wirklich. Wirklich. Das habt ihr verdient. Aber der Luschen ist der AFK. Ne, doch nicht. Oh, Max. Max hat's verstanden. Es macht wieder Sinn. Ja, noch hat's auch verstanden. Oh yes! Alter, Robby. Ich konnte halt nicht mal was machen. Hehehe. Ich knarfe Gangclang. Hehehe. Und der Gegner wurde gebabysittet. Das ist gemein. Dumme Rot-Buff. Das war das Gefühl, dass Crit-Damage nicht gut ist auf Gang-Cair. Da ist ein Wort. Auf Pantheon. Hä? Willst du mich verarschen? Sehr gut, Phase-Wald. So, er macht ihn einfach, weil er darf ihn nicht. Er geht los, meinst du sagen. Hobby, schnell, mach schnell, mach schnell, mach schnell. Ja, ich mach's mir richtig fast. Du bist immer noch nicht fertig. Oh, da kommt was. Egal, wir pushen. Ja, aber ich will ja auch die 6-6 bekommen. Max, hast du Teleport ab? Ja. Dann teleportet dich als Top-Land und Push. Darf ich nicht übergehen, falls was ist? Naja, ich will dich nicht Top-Land haben, eigentlich. Okay. Richtig. Richtig. Ich hab... Captain, Captain. Wie steht's mit Map-Awareness? Alter, das ist zweit. Ja. Ich musste mich wirklich als Gegenteil zeigen. Gute Ulti. Gute Ulti. Base-Rise, Base-Rise. Base-Rise, Base-Rise. Sind halt beide auf mich gegangen und Max rennt weg, guckt zu. Ja, was soll ich machen? Vielleicht mit fighten und nicht erst wegrennen und dann reinrennen, wenn ich so ziehe. Ich hätte nichts ab. Nee, warum ziehst du nicht? Kasse. Ja, ich hab ihn gezogen und er wurde nicht ganz gezogen. Hm. Ja, ja. Aber es folgt sich back. Sollte nicht zurückgehen. Ja. Oh mein Gott. Wer los ist los? Ich hab nicht hingekauft. Und irgendwas hat mir grad den 10-400 Schaden gemacht. Und das war kein Grid. Best Sold. Danke. Will nicht mehr chasen. Fuck. Das ist ja auch nix. Moaan. Dumm Kay. Lau. Ich bin tot. Ja. Ist korrekt. Ist korrekt. Aber Schaden. Das hat man gar nicht kommen sehen. Nee, ich wär nicht weggekommen. Boah, schon wieder afkar. Ich hab mir den 1-Kill. Nö. Ups. Ich glaub ich ins Gebüsch geht. Ich glaub ich ins Gebüsch geht. Und fängt fängt cooler. Oh, jetzt Ramos. Ja, komm, ja. Ja gut. Ja gut. Hab ich gesagt, Ramos ist stark? Ja gut, das hab ich. Können wir uns vielleicht drauf einigen, dass das Puzzle stolte? Ja. Weil er immer Mitte war. Ja. Und Mike. Nee, Max weniger. Mehr Puzzle. Ja. Der Combo funktioniert halt nur, wenn man sie auch ausführt. Eben, Alter. Eben, Alter. Ich wusste nicht, was wir für ein Kombi machen. Nöööööö 작업 mal Triple God於i machen. Ich lass mal Triple Godlaim machen. Alter. Supermini sind ein bisschen stark, bei denen. Supermini sind ein bisschen stark. Das expect. Ich bin von Hunger, ich glaube ich war cool, D Teller. Ich brauch Dinge ins hier, Alter. alleen Ghostblade und Infinity Edge. Ich hab schöne Ghostblade. Echt? Aber ich brauche jetzt das Ding. Ah, ja. Ich darf's Whisper. Guck mal, pass es immer nur mit und farm. Meine Minion. Versuch mal Topline, Max. Okay. Guck dir den Reet an, Alter, er ist so lecker. Ja, Digga, lass uns try. Ich hab geultet? Ja, genau. Gut gelaufen. Das hat er nicht gesehen, Robby. Hat er nicht. Doch, er hat mich gesehen, aber er konnte halt nicht so weit. Ich kann ihn so richtig pushen. Ich mein, ihr müsst eher bohler sind real. Okay, merken. Nächstes Mal brauchen wir für die, äh, kommen wir einen guten Topline. Sposher. Da was aussieht, vielleicht ein Rumble oder so. Oh Gott. Oh Gott. Bitte. Irgendjemand. Wieso nicht cinched? Ja, das war eine sehr gute Idee. Cinched, oder? Ja, Rumble. Cinched, ja. Oh Gott, vielleicht auch. BAM! Ja. Wow. Der benutzt Heal noch in der Base. Ne, ihr könnt mich mal. Ja, Max, es kommt gut, es kommt gut. Wo hast du denn gezählt? Auf die Minions. Auf die Minions. Ja, der stirbt einfach. Ja. Ein wenig. Aha! Wieso steht Max 1x1, äh, 1x2x2. Weil er nicht... Eigentlich nur 2x auf. Fuck. Damm, das ist kein Ulti. Nein, der Ulti ist so. Er slasht. Oh Gott, Alter, nein. Er slasht. Er slasht. Nur wieso steht Ramos 10x1? Ja, weil der Brücken ist, Alter. Der hat Thornmail und der hat nur... Ja, auch nicht mehr. Der hat nur... ...Armor. Wow. Jana schuldig. Kale. Welty Kale. Komm, wir töten sie. Okay. Ah, sie ist weg. Dragon, Leute. Dragon. Oh, ich hab halt keine 6 Stacks. Ich hab auch Ulti wieder ab. Tschüss. Der ist so tanky, dieser Team. Max. Boah. Kein Damage. Oh nein. Ja, gut. Beachten. Freunde, wir wurden Outplayed von Ramos. Und das wird nix. Der kaunted die Kar Limit Ramos. Werdadadadadadadadada. Statt. Was schade. Ich komm zu dir! Naja. Ich bin nicht das... Ich dele durch! S smartphone? Gef Philipp! Na, also Pandere läuft das nicht. Erklär mir mal kurz was du mit dem Flash Kunt eben machen wolltest. Beeden. Wegen, dass da zwei Gegner, vielleicht vier Hinten, sieben Gegner, wo wir spielen haben. Hauptsache kein E-Notes, Max. Doch, Max! Wie soll ich ihn kriegen? Äh, Skillshotstreffen. Ja, das ging leider nicht. Du bist nur Bass, Max. Ach, aber wenigstens bin ich am Leben, what the fuck is that right? Ich werde fast gestorben und ihr redet, dass ihr das Skillshotstreffen soll. Janos, du brauchst noch DFG. Ja, ich weiß, aber den kann ich mir halt nicht einfach mal eben mit dem Protokoll holen. Ja, doch. Okay, hast recht. Tut mir leid. Lusen! Oh, ich mach den jetzt. Passt. Der ist nicht ready. Leute, wir brauchen einen Nennep. Wir brauchen einen Nennep. Sehr gute Idee, Max. Kriegen wir! Ich hab schon ein E. Mit Gangping-Buff. Okay, er flasht. Ihr macht das! Wir können besser pushen. Okay, Max ist tot. Ja, er slasht. Also, haben die Minions? Hobbit, du musst treffen, Hobbit, du musst treffen. Was soll er dessen? Na gut. Jetzt ist er tot. Richtig 2 hat er, Alter. Verdammt. Wir haben verloren. Wir haben verloren. Ja. Ja gut. Wir müssen das noch ein bisschen auspfeilen. Ohne Puzzle diesmal. Wir müssen das noch ein bisschen auspfeilen. Aber wenn das Silent Rerick da ist, dann machen wir das nochmal. Ich sag's euch. Und wir nehmen vielleicht nicht den Captain Botlane. Ja. Weil der versteht nicht, wo die Botlane ist. Doch. Aber das wird. Aber ich will da nicht sein. Ruhe. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Bis zum nächsten Mal.